Willkommen zu einer weiteren Einheit des Arbeitsbuch Statistik. Dieses Mal mit einer Einheit zu den Grundbegriffen der Statistik. Insbesondere der Unterscheidung quantitative und qualitative Ansätze. Schauen wir uns die Aufgaben mal an. Entscheiden Sie, ob es sich bei den folgenden Merkmalen um qualitative oder quantitative Merkmale handelt. Dann haben wir als erstes den Vornamen, die ISBN-Nummer eines Buchs, der Instagram-Follower, Folien einmal ein Folien-Set und zu guter Letzt das Corporate Design und das Taschengeld. Wenn wir uns die Sachen jetzt der Reihe nach angucken, dann können wir mit dem Vornamen anfangen. Der Vorname ist eigentlich immer eine Kombination aus Buchstaben. Als solches würde man ihn primär als qualitatives Merkmal einordnen. Wenn man jetzt sagt, alle Buchstaben kann man durch Zahlen repräsentieren und dementsprechend ist jeder Name auch durch eine bestimmte Zahl zu kennzeichnen, könnte ich es quantifizieren. Es ist aber schon ein enormer Aufwand, dies zu betreiben. Dementsprechend haben wir hier eher ein typisches qualitatives Merkmal. Im Gegensatz dazu, die ISBN-Nummer, oder die ISBN, weil es steht ja für Internationale Suchbuchnummer eines Buchs, ist ebenfalls ein, oder ist, ja, eigentlich ein quantitatives Merkmal. Die meisten würden sagen, ja, warum ist es denn überhaupt nicht ein quantitatives Merkmal? Weil die letzte Ziffer auch ein X sein kann. Die letzte Ziffer, die mehr oder weniger so eine Art Hashtag darstellt für die gesamte Nummer, kann auch von dieser Standardzifferfolge zuvor abweichen. Das sieht man aber eigentlich nicht als größeres Problem an, weil man das auch als andersartig quantitativ repräsentieren kann und dementsprechend eigentlich die ISBN als typische quantitatives Merkmal als quantitative Variable auffassen kann. Genauso könnte ich bei den Instagram-Followern sagen, wenn es jetzt um die Anzahl geht, ist es typisch quantitativ. Wenn es um den Typ der Follower geht, die einzelnen Personen dahinter, dann wäre es typisch qualitativ. Hier ist es jetzt als Followerzahl gemeint, darum, wie hier dargestellt, quantitativ. Und ähnlich sieht es auch mit den Folien im Folien-Set aus. Das ist eine Zahl, die kann ich zählen, damit ist es quantitativ. Anders ist es, wenn es ums Foliendesign oder ums Corporate-Design im Allgemeinen geht. Das kann ich versuchen zu quantifizieren, indem ich zum Beispiel Farbschema sinnvoll einordnen lasse. Pantone ist da ein Ansatz in diese Richtung. In den meisten Fällen ist es aber eher qualitativer Natur. Aufgrund dieser Zweiartigkeit, dass ich ein paar Teile quantifizieren kann, haben wir hier beide Sachen mal mit aufgegriffen. Dann haben wir noch den letzten Punkt, das Taschengeld. Da haben wir eine typisch quantitative Größe. Ich kann natürlich die Höhe in Geldeinheiten jederzeit messen. Das beendet dann auch schon diese kurze Einheit der Unterscheidung Richtung quantitativ und qualitativ. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten etwas hieraus für sich mitnehmen. Weitere Aufgaben in dem Stil oder zu dem Arbeitsbuch finden Sie über die entsprechende Playlist. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Schöner